Nein, das will ich nicht. Ich würde gerne... wissen... Hmm... Puh... Oder wie hieß das Ding? Nein... Hmm... Okay... Das reicht mir. Auf jeden Fall braucht das Ding... Ah! Okay, es braucht dieses Plättern-Teil. Gut. Und das Plättern-Teil... Das war das mit dem Crystal-Memories... Reinforced-Stone... Ach! Wie schön doch... Alles ist... Gut, dass ich so ein paar Advan-Circuits zu viel gemacht habe. Wie machte man das nochmal? Silken... Claydust... Claydust... Und den Claydust holt man aus dem Macurator. Gut... Damit können wir ja schon mal in dieser Stunde anfangen. Oder wir machen erst mal das Atomkraftwerk. Denn ich glaube... Wir brauchen ziemlich viel Ju-Ju-Meter. Ja... Erstmal... Nuklear... Nuklear... Nein... Ich kann einfach nicht schreiben... Wir müssen einfach nur Reакти-Ak-Ak... Wir müssen auch einfach einen Reaktor schreiben. Und wenn wir k-Ak-Ak... Ja... So! Na! Na! Okay! Szy-Ton! Das ist jetzt... Fertig... ja soviel sub die man deutsch-englisch so jetzt richtig da unten gut dense lead plate advanced circuit reactor chamber generator gut dense lead plate macht mal aus leading gut gut das kann ich schon mal als erstes machen da braucht man vier mal neun sind 36 36 lead ingot mal gucken was wir hier rein tun können und mal gucken was rauskommt so next type nuclear was brauchen wir lead ingot gut ich brauche lead ingot und das war es eigentlich schon keine diamanten nichts nur lead ingot es ist schon mal schön allerdings ziemlich heftig tool build so zu sagen 42 mode mit ja komm gib mir euer nein das natürlich nicht nein das auch nicht das ding gut zack so ich wette ich habe hier auch noch lead blocks rumfliegen das war es mit dem lead ingot auf jeden fall ja ja gut was haben wir denn hier noch lead block cool ja mal gucken wir brauchen 36 pro reaktor chamber gib mir mal ein bisschen was zum hämmern was wir haben nur einen hammer natürlich gut zack so sechs 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 und 36 und 36 das passt sogar genau oder nicht genau aber es passt immerhin immerhin zack 36 gut wir brauchen einen neuen hammer wir haben tatsächlich keinen hammer mehr das ist hammerscheiße um es mal in diesen hammer worten auszudrücken na fall runter so her mit dem teil und bau mir den hammer zack so ähm war noch was was ich gerade machen wollte ah ja genau ich wollte mich daran erinnern dass ich genau ähm ich wollte irgendwas irgendwo reinlegen genau in den vier rings das da so äh zack 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 Wo ist eigentlich mein Recycler hin? Ich hab einen Recycler kaputt gemacht. Ach so. Okay, jetzt macht das irgendwie Sinn. So, gut. Nochmal Stäbchen holen für den Hammer. So. So, damit haben wir auch wieder unseren zweiten Hammerreich. Wenn ich mein Iron Dice finden sollte. Zack. Super, hab ich mal wieder nur zwei Sticks mitgebracht. Den minimalisten wieder am Start. So. Na, weg. Basic Machine Chasing. Mit dem Zeug. Und dann. So. Es müsste reichen für den Nuklearreaktor. Ist von da drinnen. Ach so. Deshalb hab ich die Basic Machine Casing gebaut. So. Lead Defense Plate. Kompressor. Känning Machine. Wo ist mein Kompressor hin? Ich hab jetzt mein... Wo ist mein Kompressor hin? Verdammt. Extractor. Electric Furance. Metallformer. Okay. Die beiden hole ich mir wieder. Ja. Ja. Yeah. Ja, es ist spät am Abend. Ich hab keinen Bock mehr auf so ein Zeug. Außerdem haben wir nur noch zehn Minuten. Einen. Einer. Ich hätte gerne einen. Und... auch nur eine dieses zeug dass man direkt 64 bekommt ist manchmal ziemlich bescheuert habe ich herausgefunden denn in meinem anderen naja nennen wir es mal in meiner versuchswelt sozusagen habe ich mache ich denn das jetzt stelle ich nachher immer auf habe ich versucht ein nukleatreaktor zu befüllen und mir ist aufgefallen das ding bringt also die radiation die da herrscht bringt mich um bevor ich das ding befüllen kann das ist richtig wieso geht das jetzt zu einer wieso wieso habe ich so allein gut ich dachte schon ich hätte wieder zu viel gebaut bloß nicht zu viel bauen ich bin alle die an sind nochmal 24 sind 6 16 19